Hallo, mein Name ist Claudia Eichler von der Tanzschule Eichler. Wir sind die älteste Tanzschule in Graz seit 1835 und dürfen hier beim Kunsthaus seit 2003 seit dem Kulturjahr mit euch tanzen. Was zeichnet uns aus? Wir versuchen unsere jahrelange Tradition und Erfahrung mit modernen Elementen zu verbinden, aktuell auf Trends einzugehen, neue Trends zu setzen. Von Parkursen über Solokurse, über Hip-Hop, über Showdance, von den Kleinsten, von den Minis ab drei Jahren, über die Jugendstudenten bis hinauf über die Erwachsenen zu den Senioren. Linedance ist natürlich ein Thema und wir versuchen aktuell wirklich auf Themen einzugehen und das Tanzen so schwungvoll zu machen und mit euch gemeinsam die Tanzfläche zum Brennen und zu Glühen zu bringen. Schauen Sie vorbei, wir freuen uns!